ja servus leute herzlich willkommen zu den preking elektro news der einzig wirklich selten informationsquelle rund um das thema e-mobilität im internet inklusive youtube heute aus meinem hotelzimmer in malle und mit folgenden themen vw eröffnet riesigen ladepark shell kauft ev pass fiske hat mit dem ocean große pläne the community corner und der schnitzer der woche die heutige ausgabe wird präsentiert von ben minus thg die elektroautofahren macht sexy thg-quote über ben minus thg beantragen übrigens auch ab sofort übrigens auch für unsere freunde in österreich die erste meldung der heutigen ausgabe ist positiv für vw elektroauto news punktet meldet jetzt vw nutzfahrzeuge eröffnet großen ladepark in hannover weiter heißt es dass an diesem ladepark 450 elektroautos laden können damit sei er der größte seiner art in europa laut vw nutzfahrzeuge die maßnahmen sollen die mitarbeiter von vw nutzfahrzeuge zum umstieg auf elektroautos motivieren der ladepark verfügt laut elektroauto news.net über 297 ladepunkten auf den parkplätzen für beschäftigte also nicht für außenstehende 153 stehen auf dem werksgelände die meisten bieten eine ladeleistung von bis zu 22 kilowatt also mehr als ausreichend um während des arbeitstages das elektroauto wieder voll zu machen immerhin fünf sind mit gleichstrom und einer leistung von bis zu 150 kw ausgestattet falls es mal schneller gehen muss der strom für die elektroautos kommt aus regenerativen quellen dann wird der vw nutzfahrzeug ceo carsten intra zitiert der ausbau der ladeinfrastruktur ist eine strategische säule um die e-mobilität konsequent voranzutreiben und da ist das ein konsequenter schritt also ich begrüße das mit 450 ladepunkten an unserem stammwerk leisten wir einen wichtigen beitrag zur mobilitätswende in hannover und mit dem id bus bauen wir hier auch das passende fahrzeug dazu kann man nicht widersprechen und bezüglich des id bus hat vw nutzfahrzeuge auch noch großes vor er wird seit 2022 in hannover produziert er hat einen elektromotor an der hinterachse mit einer leistung von 204 ps bisher und kann in 10,2 sekunden auf 100 kmh beschleunigen das ist ja nicht besonders sportlich und deshalb wird vw bezüglich leistung noch mal nachlegen ab 2023 also ab diesem jahr soll auch eine gtx version mit allradantrieb und 340 ps folgen also ordentlich bumms mit sicherheit werden noch eine vielzahl an weiteren modellvarianten des vielseitigen bans umgesetzt das schreibt zumindest elektroauto news.net dafür wurde das werk hannover umfangreich umgebaut und auf die fertigung von vollelektrischen fahrzeugen vorbereitet außerdem läuft momentan parallel noch der vw t6 in hannover vom band also man ist dort breit aufgestellt aber der fokus liegt in zukunft sicherlich auf dem id bus von mir gibt es für vw da einen daumen hoch denn ich finde es gut dass sie ihren mitarbeitern mit so vielen ladeplätzen auch die möglichkeit geben mit elektroautos selbst wenn sie zu hause nicht laden können unterwegs zu sein und auch shell hat ja mittlerweile erkannt dass an der elektromobilität und am elektroauto kein weg vorbei führt und sie versuchen sich jetzt natürlich ihre marktanteile auch in sachen ladeinfrastruktur zu sichern und das geht am einfachsten indem man entsprechende anbieter aufkauft und genau das hat shell jetzt laut elektriff.net getan shell kauft größtes schweizer ladenetz evi pass auf schreibt elektriff.net shell übernimmt evi pass das mit 3000 ladepunkten umfangreichste öffentliche ladenetz in der schweiz die im jahr 2016 von green motion gekündete firma befand sich bisher im besitz von mehreren firmen die ladepunkte von evi pass finden sich schweizweit in allen kantonen und sind nach angaben von evi pass und shell in einem drittel der schweizerischen gemeinden zugänglich laut unternehmensangaben sind 50.000 abonnenten registriert shell gibt an mit der vollständigen übernahme von evi pass und deren aktivitäten sein e-mobilitätsangebot ergänzen zu wollen zudem bereits die ebenfalls durch aufkäufe erhaltenen einheiten shell recharge und obiticity gehören der umstieg auf ein e-auto ist für viele daran geknüpft ausreichende lademöglichkeiten zu finden wir wollen die mobilitätswende vorantreiben indem wir es den menschen einfach machen den schritt zu klimafreundlicher mobilität zu vollziehen sagte der hassan haibad leiter des schweizer tankstellengeschäfts von shell ich persönlich glaube ja dass finanzielle interessen im vordergrund stehen für shell bezüglich solch eines investments aber lassen wir es mal so dahingestellt auf jeden fall heißt es weiter diese akquisition ist ein wichtiger baustein dafür und ein weiterer ausdruck unseres willens bis 2050 ein energieunternehmen mit netto null emissionen zu werden hört hört da hat shell große pläne der verwaltungsrat von ev pass wird in den beiden identisch lautenden mitteilungen beider seiten dahingehend zitiert dass mit dem neuen strategischen investor die nächste entwicklungsphase erfolgreich verlaufen wird shell in der schweiz profitiert von der bekanntheit von ev pass und seinen bereits abgeschlossenen 50.000 abos das ist denke ich wirklich eine hausnummer auf jeden fall ist sich der ev pass gründer sicher dass shell als bedeutender globaler energieakteur der beste investor ist um das wachstum des größten ladenetzes der schweiz zu gewährleisten und die ursprüngliche vision des gründers einer verantwortungsvollen und umweltfreundlichen individuellen mobilität fortzusetzen ich denke auch dass viel kapital notwendig sein wird um in der schweiz entsprechende ladeinfrastruktur aufzubauen und dann braucht man auch einen kapital starken partner und das ist shell sicherlich zweifelsfrei das hauptgeschäft liegt ja momentan eher noch in mineralölprodukten was shell betrifft aber der wandel muss natürlich vollzogen werden sonst werden sie irgendwann aus dem markt gekickt denn mit mineralölprodukten wird man in 20 30 jahren nicht mehr sonderlich viel geld verdienen können davon bin ich zumindest überzeugt und deshalb halte ich diesen schritt von shell für konsequent und sie haben große pläne shell verfolgt das ziel weltweit bis 2025 über 500.000 bis 2030 über 2,5 millionen ladepunkte zu errichten in europa bietet shell recharge nach unternehmensangaben zurzeit zugang zu 300.000 öffentlichen ladepunkten schreibt elektrif.net und ich denke das ist schon ganz ordentlich und die wollen natürlich in zukunft statt des tankstellennetzes ein entsprechend großes ladenetz betreiben um damit die umsätze die da wegfallen durch das ladegeschäft wieder auszugleichen und das ist auch nicht ehrenrührig in meinen augen und die mineralölkonzerne müssen sich natürlich auch bewegen um in zukunft noch profitabel sein zu können ob das nachfolgende elektroauto start-up auch in zukunft mal profitabel sein wird das muss man noch abwarten auf jeden fall titelt elektrif.net jetzt fisker ocean soll noch 2023 auf 13 märkte rollen die haben ja auch mit dem auto wohl das ein oder andere software problem und ich habe so ein bisschen zweifel daran dass sie diese großen pläne wirklich umsetzen können wir stellen ja bei elektroauto start-ups immer wieder fest dass man da eine recht große klappe hat muss man ein bisschen salopp zu formulieren mit recht wenig dahinter ob das bei fisker auch der fall ist das wird das jahr 2023 zeigen elektrif.net schreibt auf jeden fall fisker rechnet für mehr 2023 mit dem abschluss der fahrzeug zulassungstest für sein erstes modell ocean in den usa und in europa anschließend folgt das übliche behördliche genehmigungsverfahren nach dessen abschluss fisker den verkaufstand in etlichen ländern europas und nordamerika anstrebt konkret sollen das im jahr 2023 die länder usa kanada österreich deutschland norwegen dänemark schweden und frankreich sein gefolgt von großbritannien schweiz niederlanden belgien und indien also wirklich ein globaler markt start statt sich vielleicht erst mal auf einen kernmarkt zu konzentrieren also ich halte das schon für sehr mutig aber gut es ist so der verkauf in weiteren ländern darunter china soll einer begleitenden mitteilung zur folge 2024 starten der henrik fisker chairman und ceo von fisker kommentiert die fortschritte wie folgt wir sind das erste start-up das auf zwei kontinenten gleichzeitig homologiert die möglichkeit den ocean zunächst in den usa und in sieben europäischen märkten zu verkaufen ist beispiellos und eine wichtige strategie zur risikominderung die wir von anfang an umgesetzt haben dieser ansatz bietet die möglichkeit den absatz zu steigern und die fahrzeuge auf den markt mit dem stärksten wachstum zu verlagern ja also hört sich erst mal schlüssig an ich habe immer so ein bisschen zweifel wenn ich sowas höre und gerade wenn die pläne so groß sind dass es schon ein bisschen unglaubwürdig klingt wir werden sehen ob fisker das wirklich hinbekommt ich wie gesagt ja die zeit wird zeigen ich bin ja mittlerweile ein gebranntes kind was elektroauto start-ups angeht ob das leid hier ist ob das solo motors ist die müssen ja immer wieder ihre versprechen einkassieren und wie gesagt wir warten mal ab ob das bei fisker auch so sein wird elektrif.net schreibt dann auf jeden fall noch die reservierung und bestellung für den ocean summieren sich fisker zufolge inzwischen auf insgesamt etwa 65.000 einheiten seit dem produktionsstart mitte november bei auftragsfertiger magna wurden allerdings erst 56 fahrzeuge gebaut das deutet ja schon mal darauf hin dass man ein paar probleme hat fisker hält dennoch an seinem ziel fest in diesem jahr 42.400 exemplare des ocean zu fertig also wie gesagt so ein paar zweifel sind vielleicht angebracht aber vielleicht schafft fisker wirklich das unmögliche sie haben dann auch in der pressemitteilung schon ein weiteres fahrzeug angeteasert ich sag mal so erst mal vielleicht den ocean auf den markt bringen erfolgreichen marktstart hinlegen und dann über weitere modelle berichten das halte ich für sinnvoller bevor man weitere erwartungshaltungen weckt ich drücke fisker die daumen allein mir fehlt ein bisschen der glaube würde mich interessieren was ihr dazu sagt schreibt mal um das video ob ihr glaubt dass fisker das schafft was sie da ankündigen man muss ja auch mal andere meinungen dazu hören die erste mail der community corner kommt heute vom chris der schreibt hallo er haben noch vorreiter der elektromobilität richtige anrede da volvo auf deinem kanal schwer unterrepräsentiert ist zu dem zeitpunkt wusste noch nicht dass ich mit dem volvo c40 nach mallorca fahre völlig zu unrecht wie ich finde schicke ich dir hier meinen neuen xc40 recharge frontantrieb modell 2023 ich habe ihn ende september übernommen und damit auch schon meine ersten 3000 km zurückgelegt dafür gibt es einen daumen hoch die mail ist übrigens von anfang mitte januar die bestellung wurde anfang februar fixiert um schon das neue 2023 modell der farbe fjord blue zu bekommen damals noch mit einem kolportierten liefertermin im juni aufgrund vieler kurzstrecken liegt der durchschnittsverbrauch über die gesamte strecke bei 21,5 kilowattstunden das ist auf jeden fall schon mal sparsamer als der volvo c40 den ich hier habe das hat der mit allrad der braucht noch mal ein bisschen mehr dass der xc40 einen großen durst hat war mir aber vorher bekannt und habe ich in kauf genommen wer ein volvo will der kauft das auto bestellt habe ich ihn in vollausstattung und bin damit sehr glücklich zurückgeben würde ich ihn nur mehr sehr ungern das kann ich nachvollziehen liebe grüße chris und er hat dann wie gesagt auch fotos mit geschickt hier haben wir dann mal von der seite das müsste im prinzip die gleiche farbe sein wie bei dem c40 den ich jetzt momentan fahre sehr schick wie ich finde und dadurch dass es der xc40 ist hat er auch eine höhere öffnung hinten da hätte ich dann auch mein rad vernünftig stehend rein bekommen ja man dann noch mal von links hinten die heck an sich gefällt mir auch sehr gut und auch von vorne links ein total schickes und gelungenes auto die felgen sind auf jeden fall die gleichen wie bei meinem c40 ich kann dir zu dem xc40 wirklich nur gratulieren ich finde es ein tolles auto ich freue mich aber noch ein bisschen mehr auf die varianten dann mit heck antrieb und größerem akku und noch etwas verbesserter effizienz die sollen ja jetzt kommen da wird es also wirklich spannend wie die sich im verhältnis zu den frontantriebs und jetzigen allrad modellen tatsächlich fahren und auch wie sparsam sie dann sind auf jeden fall unabhängig davon gibt es von mir einen daumen hoch für den schicken volvo xc40 und ich wünsche dir natürlich chris allzeit knitterfreie fahrt mit deinem elektroflitzer die nächste mail kommt jetzt von der petra und dem heiner die schreiben lieber micha und das für eine anrede am 9 mai 2022 hatte ich dir unten angehängtes mail mit foto von meinem tiguan mit dem mein letzter verbrenner aufkleber geschickt das foto hat er wieder mitgeschickt jetzt ist die transformation vollzogen meine frau ist vom mercedes slk 230 auch tolles auto mit kompressor zum fiat 500 e cabrio und ich mit dem tiguan zum tesla model y long range gewechselt infos und fotos zur freien verwendung in der band vielen dank liebe grüße heiner und petra und jetzt schauen wir uns das mal an das hier ist also zunächst erstmal der tiguan und ich erinnere mich sogar noch an dieses foto von wem es jetzt direkt kam hätte ich jetzt so nicht mehr gewusst aber ich weiß dass ich das in einer ausgabe gezeigt habe mit dem aufkleber mein letzter verbrenner unter heiner bzw petra haben wort gehalten hier haben wir also das tesla model y long range auch wieder in weiß ich vermute die tesla model y in weiß werden zukünftig das straßenbild mancher städte beherrschen und dann haben wir noch den in meinen augen bisschen schickeren und knuffigeren fiat 500 e von der petra und der ist hier gerade beim laden und das ist ja ein richtig toller kleiner flitzer wie man ihn nicht ganz so oft sieht wobei der wird ja relativ viel verkauft also könnte sein dass man den auch sehr oft in zukunft in städten antreffen wird mir war gar nicht klar wie gut sich das auto verkauft also ein echter erfolg für fiat und das sicherlich auch nicht von ungefähr sondern weil es einfach ein guter city flitzer ist und ich kann euch beiden zu euren beiden tollen elektro flitzer natürlich nur ganz ganz herzlich beglückwünschen und ich wünsche euch damit natürlich auch allzeit knütter freie fahrt ja und in der nächsten mail stellt der maximilian eine echte tuning version eines elektroautos vor das schauen wir uns jetzt mal an liebes kaltweißes led licht retter der dunklen hoch wohlgeborener sonnenkönig richtige anrede so muss man das machen heiner und petra ich wollte mal voller stolz meinem november übernommenen polster zeigen ist mein erstes elektroauto und wurde mir nach nur fünf monaten ausgeliefert also bei polster scheint es noch zu funktionieren es handelt sich um die single motor standard range version modelljahr 2023 jedoch mit beiden ausstattungspaketen alle farben waren total langweilig so habe ich mich für eine vollfolierung inklusive keramikversiegelung entschieden wie gesagt schauen wir uns gleich an so ist er nun wirklich individuell und ein traum muss ich auch sagen so ein polster 2 habe ich noch nie gesehen zum fahrzeug selbst kann ich nur positives berichten dicke wehrmutstropfen gibt es bei der software es ist erschreckend dass seit knapp einem jahr over the air updates verteilt und ständig zurückgezogen werden müssen auch die app ist funktionstechnisch maximal traurig vom board system einem nativen android habe ich mir deutlich mehr erhofft hier liefert die community mittlerweile die wertvolleren apps grüße ans team vom car stats view slash ixam wer auch immer das ist da grüße ich mal zurück und das ganze kommt von maximilian und jetzt schauen wir uns ja noch mal das auto an und ihr seht schon in so einer farbe in einem matten blauton habe ich das auto wirklich noch nie gesehen also richtig individuell der fällt auch richtig auf dann haben wir hier auch noch mal von hinten ich weiß ja dass das hier immer schwarz oder ist das dann auch verliert sieht auf jeden fall auch totschick aus und pro 2i hat auch freigelassen deshalb habe ich das jetzt nicht weiter vor pixel ich gehe mal davon aus er möchte dass man das sieht hier sieht man auch dass das polster zeichen in den radnaben noch mit angepasst wurde und auch im innenraum wurde das linkrad entsprechend optisch angepasst ich finde es sehr gelungen mir gefällt es auf jeden fall ihr könnt ja auf jeden fall auch noch mal ein dickes lob für die individualisierung von maximilian und seinem polster 2 da lasen ich kann dir mit diesem schicken blauen flitzer natürlich auch nur herzlich gratulieren und wünsche dir damit allzeit kinderfreie fahrt ja und hier haben wir dann die letzte mail der heutigen community corner die kommt vom dieter der schreibt hallo er haben noch verkünder der elektromobilität richtige anrede an bei zwei bilder vom park und reitparkplatz am bahnhof lorch in württemberg das sind sieben parkplätze mit jeweils zwei ladepunkten also 14 ladepunkten die werden betrieben von der firma male die firma male mit einem berg in lorch hat am berg in lorch auch noch ladepunkte ich meine zum starten der ladesäule muss man ein qr-code scannen ich meine dass das auch ein bericht in deinem spätschoppen ist mit freundlichen grüßen dein dieter und ich habe es jetzt in die band gepackt ich habe nur ein foto genommen weil auf dem anderen foto sieht man auch nicht viel mehr also das hier müssten dann die ladesäulen sein ihr seht das hier kabelschein angeschlagen zu sein da bin ich mir ganz sicher ob das zulässig ist ist das nicht typ 1 diskriminierung oder sind das halt ladesäulen auf einem privaten grund die öffentlich nicht zugänglich sind und damit ist es dann wieder möglich bin mir nicht ganz sicher über die regularien man sieht aber male tut was hier hat man als mitarbeiter die möglichkeit auch sein auto aufzuladen davon gibt es von mir natürlich auch daumen hoch vielen dank die dafür die information und so soll das doch sein und der heutige schnitzer der woche wirft da muss man ehrlich sein ein ganz schlechtes licht auf uns elektroautofahrer es ist kein neues phänomen ich habe das auch schon festgestellt in petersberg am aldi wo man kostenlos laden kann übrigens ich glaube sogar immer noch dort wurde sich teilweise schon heftig über die ladesäule und die lademöglichkeit gestritten mir wurde auch mal die ladung abgedreht von einem aktiv 2 tourer von bmw fahrer der sowieso nur ein plug-in hybrid hatte und mit 2 kw laden kann und ich war gerade mal in den aldi reingelaufen und habe das aber beobachtet und habe das dann gleich wieder umgesteckt und habe dem herrn auch mal ordentlich bescheid gestoßen aber so ist das wenn man geld sparen kann brennt bei manchen die sicherung durch also da bin ich doch noch ein bisschen gedämpfter muss ich sagen wir schauen uns jetzt aber mal die meldung an auf die mich da bernhard hingewiesen hat und zwar berichtet orf at folgendes e ladestation nach übergriffen geschlossen in einer parkgarage in trauen wird das kostenfreie laden von elektroautos eingestellt laut dem bürgermeister vor allem weil die autofahrer und nutzer der station sich gegenseitig beschimpft haben und sogar handgreiflich geworden sind die situation ist zunehmend eskaliert schildert der trauner bürgermeister karl heinz koll laut orf.at es hat vor allem in den letzten monaten schon tätliche angriffe unter den e-autofahrern gegeben und in den letzten beiden wochen hat es auch angriffe auf mitarbeiter gegeben da habe ich gesagt so kann es nicht weitergehen kann ich absolut nachvollziehen also wenn die leute sich nicht zivilisiert benehmen können dann muss man so eine möglichkeit abschaffen alle haben sie damit verloren weil sie ein paar rindviecher daneben benommen haben die drei ladestationen werden daher bis auf weiteres geschlossen der bürgermeister führt als grund auch die steigenden energiekosten an statt 6.000 euro die es bisher gekostet hat zur normalen energiekosten kostete ist die stadt nunmehr 30.000 euro jährlich man werde sie künftig kostenpflichtig anbieten sagt koll man kann natürlich davon ausgehen dass jetzt auch die energiekosten in österreich wieder ein bisschen runtergekommen sind hoffe ich zumindest aber ich denke auch dass es besser ist dort einen obolus zu verlangen hoffentlich einen fairen angemessenen obolus und damit diese streitereien um die kostenlose lademöglichkeit zu beenden also ich finde es unfassbar was das kostenlose laden bei manchen elektroautofahrern auslöst es ist einfach nur peinlich aber so ist es halt man findet in allen bereichen a punkt 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 das sind auf jeden fall für mich a punkt 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 und diese meldung ist natürlich für mich auf jeden fall ja und an dieser stelle möchte ich mich wie immer bei allen zuschauern ganz herzlich bedanken die mir mails haben zukommen lassen sei es zu elektroautos oder anderen themen vielen herzlichen dank dafür ohne euch wenn die breaking elektronus nicht möglich ansonsten soll es das für die heutige band ausgabe gewesen sein wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst daumen hoch da und abos von obligatorisch sonst verpasst ihr das nächste video